Bei der Profi-Challenge von Let's Dance ging es am Freitagabend vor allem um spektakuläre Tänze. Die Profi-Paare versuchten, die Jury dabei mit atemberaubenden Performances von sich zu überzeugen und waren damit überaus erfolgreich. Doch in dieser Sendung entschieden alleine die ZuschauerInnen über das Weiterkommen. Und die fanden zu Beginn etwas anderes viel spannender als die Darbietungen der Profis. Denn neben Valentin Lusin, Christian Polanz, Katrin Menzinger und Co. war es vor allem ein Mitglied der Jury, über das auf Twitter plötzlich alle redeten. Der Grund dafür war allerdings nicht ein außergewöhnliches Urteil für ein Profi-Paar, sondern etwas vollkommen anderes. Let's Dance Jorge Gossales beschäftigt Fans Nach dem Let's Dance-Finale ist vor der Profi-Challenge. Nachdem die Profis monatelanges hartes Training mit ihren Promis hinter sich haben, dürfen sie in einer allerletzten Folge noch einmal zeigen, was in ihnen steckt. In diesem Jahr hatte RTL gleich mehrere Neuerungen beschlossen, die dem Format noch einmal zusätzlichen Reiz verliehen sollen. Und die Profis zeigten von Beginn an, dass sie mit vollem Einsatz dabei sind, obwohl einige von ihnen in der Woche zuvor erst im Finale getanzt haben. In den sozialen Netzwerken freuten sich die Fans über die Tänze, die die Profis choreografiert hatten. Doch schon von Beginn der Show an war klar, dass es noch ein anderes Thema gab, das den Abend dominieren würde. Denn beim Einlauf der Jury fielen vor allem zwei Dinge auf. Mozi Mabuses extrem tiefes Dekolleté und die Frisur von Jorge Gossales. Der Laufsteg-Trainer hatte sich für einen ausgefallenen Look entschieden. Die Haare waren zu einer Art Turm auftupiert. Auf Twitter weckte das unterschiedlichste Assoziationen. Hat Jorge eine Shisha auf dem Kopf? Fragte ein Fan. Ein weiterer ergänzte, ich habe ja schon von Bierhelmen gehört, aber Shisha auf dem Kopf ist mir neu. Ein weiterer illustriert das Gedankenspiel prompt. Oh Gott, wie sieht denn Jorge aus? Wunderte sich ein Fan. Bei einem anderen rief die Frisur ganz bestimmte Assoziationen hervor. Wenn du bei Sims auf zufällig kleiden klickst, schrieb er zu einem Bild von Jorge. Auch der Vergleich mit einem Deko-Element war nicht weit. Die armen Zuschauer. Innen. Sorgen um das Publikum im Studio gab es ebenfalls. Jorge wieder mit drei Meter Frisur. Die armen Zuschauer. Innen dahinter, schrieb ein Fan. Der Stylist hat sich bei Jorges Frisur heute mehr Mühe gegeben, als ich mir bei meinem ganzen Studium, stellte ein anderer fest. Ein weiterer Fan vermutete, dass Jorges Frisur geheime Fähigkeiten haben könnte. Wenn man Jorges Kopf rubbelt, kommt dann eventuell ein Flaschengeist raus? Fragte er sich. Und es gab noch andere Vorschläge dazu, was Jorge mit der Frisur bezwecken will. Versucht Jorge mit der Antenne auf seinem Kopf außerirdische Signale zu empfangen? Schrieb ein Fan. Oder ist Jorge vielleicht in der falschen Sendung? Jorge sieht heute aus, wie ein Selamun-Bösewicht, schrieb ein Fan. Ein anderer fühlte sich an einen Netflix-Hit des vergangenen Jahres erinnert. Jorge heute irgendwie im Wednesday-Adams-Gedächtnis-Look. Ob die Zuschauer, innen hinter Jorge, etwas von der Show sehen konnten, ist nicht bekannt. Sicher ist aber, Jorge ist es mit seiner Frisur gelungen, den Stars die Show zu stehlen. Und das war bei den spektakulären Performances definitiv alles andere als einfach. Und das war bei der Reserve. Das war bei der